Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es darum, wie ihr eine Virtualbox-Virtuelle Maschine in KVM zum Laufen kriegt. Denn ich stand vor dem Problem, dass ich unter einer älteren Virtualbox-Version eine virtuelle Maschine gebaut hatte, mit auch älterer Software lief da drin, die ich aber gerne jetzt auf einer neueren Virtualbox-Version zum Laufen bekommen möchte. Das hat aber nicht funktioniert. Mit dieser virtuellen Maschine habe ich es reproduzierbar geschafft, so einen Virtualbox 7X zum Absturz zu bringen. Von daher brauchte ich schon eine Alternative und KVM hat mir da wunderbar geholfen. Vielleicht noch mal kurz vorher, was KVM ist. Also KVM ist auch eine Virtualisierungslösung, die allerdings direkt im Linux-Kernel schon mit drin ist. Darum ist es eben K ist das Kernel-Based Virtual Machine. Also dafür steht das Ganze. Damit kann man wie bei anderen Virtualisierungslösungen auch erstmal eine virtuelle Festplatte anlegen. Da gibt es bei KVM Kommandozeilenprogramme für. Es gibt allerdings auch Oberflächen, um das Ganze so ähnlich wie bei Virtualbox zu machen, damit man das grafisch hat. Ich verwende sowas lieber immer gerne auf der Kommandozeile. Das zeige ich euch heute auch mal. Und prinzipiell kann man damit genau dasselbe machen wie mit Virtualbox. Ist ein bisschen anders. Und man kann es auch so hinbekommen, dass man eine virtuelle Festplatte von einer virtuellen Maschine, die man unter Virtualbox angelegt hat, so umbaut, dass sie auch in KVM läuft. Und darum soll es hier gehen. So viel erstmal zum Grundlegenden dabei. Damit man KVM nutzen kann, braucht man ein paar Pakete. Ich habe das jetzt für Debian 12 so gemacht. Unter eurer Distribution können diese Pakete anders heißen. Guckt also in der Paketverwaltung nach, was es da gibt zum Thema QEMU. QEMU ist eine Virtualisierungslösung, kann aber auch verschiedene Systeme emulieren. Ich kann auf meinem x86 System auch eine ARM-CPU mit verschiedenen Varianten simulieren, emulieren lassen, so dass ich dafür gebaute Software direkt da drin laufen lassen kann in dieser virtuellen Umgebung. KVM beschleunigt das Ganze, wenn ich mich auf einem x86 System befinde. Da werden diese einzelnen Instruktionen von der virtuellen Maschine ungefähr eins zu eins an die richtige CPU durchgeleitet. Das ist natürlich deutlich schneller, als wenn ich eine Software-Emulation habe, um von einer Architektur auf die andere das umzubiegen. Also KVM beschleunigt das doch mal deutlich im Gegensatz zum normalen QEMU. Aber diese QEMU-Programme, die verwenden wir unter KVM genauso, ohne dass wir da jetzt großartig was anderes machen würden. Nochmal zurück dazu, also wir brauchen einmal diese beiden Pakete unter Debian installieren mit apt install ist das Kommando zum Installieren von Paketen. apt ist der Paketmanager und das minus y, das sagt, dass die Pakete installiert werden sollen, ohne dass nochmal eine Rückfrage kommt. Nach dem Installieren gibt es eine neue Gruppe, die KVM heißt. Und damit ich KVM benutzen kann, ohne dass ich irgendwie Root-Rechte oder sonst was bräuchte, muss ich meinen aktuellen Benutzer, mit dem ich mich auf dem Desktop einlogge oder sonst irgendwie anmelde am System, also hier mal ich genannt, zur Gruppe KVM hinzufügen. Und das mache ich mit AddUser. Da brauche ich allerdings Root-Rechte für. Jetzt zu meinem Anwendungsfall, dass ich schon eine virtuelle Maschine unter VirtualBox habe und diese virtuelle Festplatte, auf der das Betriebssystem und Anwendung installiert sind, rübernehmen möchte zu KVM. Das VirtualBox-Format für virtuelle Festplatten ist üblicherweise VDI, wobei VirtualBox auch mit anderen Formaten umgehen kann, zum Beispiel VMDK. Das ist irgendwie ein bisschen anders, aber prinzipiell ist es wiederum dasselbe. Also VirtualBox kann mit beiden Formaten umgehen. Unter KVM brauche ich allerdings QK2. Ja, ist ein anderes Format, speichert virtuelle Festplatten als Datei auf dem lokalen Dateisystem. Damit ich so eine virtuelle Festplatte aus dem VMDK- oder VDI-Format konvertieren kann, gibt es ein Kommandozeilenprogramm dafür. Das kommt aus dem Paket, was wir gerade installiert haben. Dann der Befehl dazu, Convert. Wir wollen das konvertieren. Und das Eingabeformat ist entweder hier VMDK oder VDI. Dann gehen wir noch an, in welches Format wir das konvertieren möchten. Also in diesem Fall QK2. Man kann das auch umgekehrt machen. Also QEMU-IMG kann sehr viel von A nach B konvertieren. Aber in diesem Fall wollen wir von einem Fremdformat, dem hier oder dem hier, in das QK2-Format konvertieren. Ich habe das mal so gemacht, dass dieses V-Box VMDK oder VDI so heißt. Also das ist die virtuelle Festplatten-Datei, die ich da rausgezogen habe. Und jeweils soll meine Zieldatei HDD.QK2 sein. Wenn ich das dann angeschmissen habe, dann läuft das da durch. Das kopiert dann irgendwie Bits und Bytes und macht irgendwas, konvertiert das halt schön. Und hinterher habe ich diese HDD.QK2-Datei. Damit haben wir es allerdings ja noch nicht geschafft. Also wir haben jetzt noch keine virtuelle Maschine damit erstellt. Man kann jetzt eine grafische Oberfläche verwenden, sodass man dort auch virtuelle Maschinen quasi anlegt. Also die Konfiguration für virtuelle Maschinen abspeichert. Ich mache das Ganze jetzt allerdings auf der Kommandozeile. Wir haben da den Befehl KVM. Das ist QEMU mit KVM-Beschleunigung. Und dann geben wir verschiedene einzelne Parameter an. Zum Beispiel minus M für Memory. Da sage ich hier 4G. Also 4 GB RAM möchte ich dieser virtuellen Maschine zuordnen. Genauso wie mit Kernen, SMP. Da sage ich, ich möchte dem mal 2 geben. Dann die Festplatte, HDA. Das gibt auch HDB und HDC. Aber ich möchte bloß eine Festplatte einhängen. Und die erste heißt eben HDA. Und da gebe ich den Dateinamen hinten mit dazu. Der Boot-Parameter sagt, von wo gebootet werden soll. Ich sage hier C. Und C heißt, ich glaube, so was wie Laufwerk C unter der DOS und Windows Bezeichnung. Auf jeden Fall mit C bootet man von dieser Festplatte hier. Es gibt auch andere Parameter. D gibt es noch. Da kann man denn von einem DVD- oder CD-ROM-Laufwerk booten. Da würde man noch einige andere Parameter dazu packen, um zu definieren, was dieses CD-ROM-Laufwerk sein soll. Wo es vielleicht ein ISO einbindet und so weiter und so fort. Aber mir geht es in diesem Fall wirklich bloß darum, eine vorinstallierte virtuelle Festplatte unter KVM zu nutzen. Also habe ich das relativ kurz gehalten. Mit VGA sagt man, welche Art von Grafikkarte man noch dazu haben möchte. Da gibt es STD, so eine Standard-Grafikkarte. Die passte ganz gut mit dem, was unter VirtualBox verwendet wird und was im Betriebssystem, was da drin läuft, installiert wurde. Von daher habe ich das so gelassen. Beziehungsweise ich habe auch noch mit anderen Varianten rumgespielt. Aber mit dieser Standard-Grafikkarte kam ich einfach am besten hin. Dann können wir uns auch noch ein weiteres Gerät, in diesem Fall eine Soundkarte dazu packen und unsere virtuelle Maschine. Hier mit einem AC97-Codec. Ja, also wie der Name schon sagt, das ist schon ein bisschen älter. Und das ist ein Standard, der sehr weit unterstützt wird. Und den quasi jedes Betriebssystem aus den letzten, sagen wir mal, aus den letzten 20 Jahren auch so unterstützt. Von daher ist das eine relativ sichere Sache. Man kann natürlich auch wiederum andere Soundkarten emulieren. Ich denke mal, so eine Soundblaster wird dabei sein und sonst was. Aber für meinen Anwendungsfall war es genau das Richtige. Dann habe ich hier noch Netzwerkkonfiguration. Dazu kommen wir gleich noch. Je nachdem, wie ich das Netzwerk aufbauen möchte. Denn ich möchte meiner virtuellen Maschine auch ein Netzwerk geben, damit ich aufs Internet drauf zugreifen kann. Oder damit ich die virtuelle Maschine innerhalb von meinem lokalen Netzwerk verfügbar machen kann. Also über so eine Netzwerkbrücke. Das ist unterschiedlich kompliziert. Aber soweit hier erst mal der Standardaufruf und Netzwerkkonfiguration kommt noch mal gesondert. Wenn wir jetzt quasi genau dasselbe machen wollen, was bei VirtualBox auch Standard ist, so ein NAT-Netzwerk, dann sieht das so aus. Also das Markierte ist jetzt der Netzwerkteil, also der sich einmal darum kümmert, dass wir hier so ein zusätzliches Netzwerkgerät haben. Da gibt es verschiedene Varianten wiederum. Das gibt einmal diese Word.io. Da werden spezielle Hardware-Komponenten emuliert, die es so im echten Leben nicht gibt, aber die besonders darauf zugeschnitten sind, dass sie in virtuellen Maschinen besonders performant laufen. Und da gibt es auch Word.io.net-PCI. Also das emuliert eine speziell optimierte Netzwerkkarte, die so tut, als ob sie über PCI angeschlossen wird. Das ist quasi genau dieselbe Netzwerkkarte, die ich auch in meiner VirtualBox vor allem drin hatte. Von daher lasse ich das dabei. Dann gebe ich an über NetDev, eine virtuelle Schnittstelle, die kann ich frei bezeichnen, wie ich das dann möchte. Diese Bezeichnung Net0 taucht auch hier noch mal wieder auf. Das ist wichtig, dass diese einzelnen Parameter, die ich hier angebe, eine Zuordnung haben. Also damit KVM auch weiß, dieses Netzwerkgerät, was ich mir hier definiert habe, das ist genau dasselbe, was ich auch hier habe, um dazu die Netzwerkparameter festzulegen. Also das sind quasi verschiedene Ebenen, auf denen das stattfindet. Also ihr habt eine Netzwerkkarte, wie im normalen Leben auch, die steckt ihr rein. Und dann müsst ihr dem Betriebssystem oder eurem Router noch sagen, wie das Ganze zu konfigurieren ist. Und das machen wir hier auch, aber so ein bisschen anders über die Parameter. Da haben wir jetzt den Netzwerkparameter User. Der bedeutet, dass wir so ein NAT-Netzwerk haben möchten im User Space. Also wir brauchen dazu jetzt keine Route-Rechte. Wir brauchen auf unserem Host-System auch keine speziellen Netzwerkgeräte, die virtuell sind, um da irgendwie Bridging drüber zu machen, eine Netzwerkbrücke. Das funktioniert einfach so. Das ist die einfache Variante. Dann die Zuordnung wieder, ID.NET 0. Und dann sagen wir dem virtuellen DHCP-Server, der bei KVM mit emuliert wird, in welchem Netzwerk diese IP-Adressen vergeben werden sollen. Also so ein 102, 168, 23, 0 und so ein 24-Bit-Netzwerk, also 255, 255, 255 und 0. Das ist erstmal das Netzwerk und dem virtuellen DHCP-Server, der da drin läuft, sagen wir, dass er jetzt IP-Adressen ab der 23 vergeben soll. Wenn die virtuelle Maschine hochfährt und sich über DHCP eine IP-Adresse holt, dann wird sie das von dem virtuellen DHCP-Server hier holen und bekommt dann eine IP-Adresse, die höchstwahrscheinlich diese hier ist. Kommen wir jetzt zur komplizierteren Variante der Netzwerkbrücke. Erstmal kurz dazu, was so eine Netzwerkbrücke ist. Die sorgt dafür, dass so eine virtuelle Maschine nach außen hin eine eigene Netzwerkkarte bekommt. Also von außen in dem Netzwerk, wo diese virtuelle Maschine läuft, kann man jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick sehen, ist das jetzt eine virtuelle Maschine oder ist das wirklich so ein richtiger Rechner, der daneben steht in Hardware und dafür ist das Ganze da. Die Kommunikation findet aber natürlich trotzdem über die in dem Server eingebaute Netzwerkkarte statt. Da teilen sich mehrere Betriebssysteme dieselbe Netzwerkkarte und die Netzwerkbrücke, die sorgt dafür, dass das so funktioniert. Jede von diesen virtuellen Netzwerkkarten, die hier drauf läuft, hat nach außen hin auch eine eigene MAC-Adresse und damit das Ganze funktioniert, müssen wir da so ein bisschen dran rumarbeiten. Das nehmen uns grafische Oberflächen wiederum ab. Damit ist das Ganze deutlich einfacher zu machen. Aber ich wollte das hier einmal wirklich kommandozeilenmäßig machen. Ja, und dafür brauchen wir jetzt noch ein paar weitere Pakete. Wir brauchen dafür hier einmal UML-Utils, User-Mode-Linux-Programme für die Bridge-Utils und Net-Utils. Da sind die einzelnen Kommandozeilenprogramme drin, damit wir so eine Netzwerkbrücke erstellen und hinterher auch wieder schließen können, wenn wir das denn wollen. Palim, palim, jetzt hat sich hier noch magischerweise was geändert. Die Bezeichnung von der virtuellen Festplatten-Datei war noch falsch. Dann zu dem Script, was ich hier habe. Da gucken wir einmal kurz rein. Das sieht dann so aus. Das Ganze wird als so gut aufgerufen und am Anfang definiere ich erstmal ein paar Variablen. Je nachdem, wie es bei euch ist, könnt ihr das umdefinieren oder müsst es sogar umdefinieren. Denn wir haben hier einmal den Gerätenamen für die Netzwerkbrücke. Bei mir heißt das Ding BA0. Ihr könnt das aber auch anders bezeichnen. Ihr müsst das allerdings überall konsistent haben. Und ja, also BA0 wird auch häufig so verwendet. Dann der Name der echten verbauten Netzwerkkarte, die ihr habt. Wenn ihr das in der alten Variante habt, dann heißt es ETH0. In der neuen ist es zwar irgendwie vorhersehbar, wie das Dings heißt, aber es ist schon ein längerer, komplizierterer Name. So, was heißt denn auch mal ganz gerne ENP35S0? Ja, also sehr einfach zu merken im Gegensatz zu ETH0. Aber da müsst ihr dann nachgucken über zum Beispiel IPA auf der Kommandozeile, wie das Gerät wirklich heißt, oder über euren Netzwerkmanager, was auch immer ihr verwendet. Also das müsst ihr anpassen, auf jeden Fall. Dann haben wir hier so einen Tab-Gerätenamen. Das können wir auch beliebig wählen, aber üblicherweise bei Tab-Geräten ist halt Tab 0, Tab 1 und so weiter. Dann haben wir hier unseren Benutzer, mit dem wir KVM starten. Und dieser Benutzer muss auch diesem Gerät hier zugeordnet sein, damit wir keine Root-Rechte brauchen, um das umkonfigurieren zu können. Das ist wichtig. Ein bisschen was zu Tab kommt gleich noch. Aber genau, machen wir erstmal weiter mit der Netzwerkbrücke. Hier erstellen wir mit Root-Rechten erstmal eine Netzwerkbrücke, mit dem Namen, den wir hier vergeben haben, über BRCTL, also Bridge Control. Und dann Add Bridge, also Brücke erstellen, Name. Dann löschen wir eventuelle IP-Adressen, die auf unserer normalen Netzwerkkarte drauf sind. Also das schmeißen wir weg. Dann ist das Ding erstmal von dem Internet, von eurem lokalen Netzwerk getrennt. Ihr könnt nicht mehr pingen und nichts mehr, weil diese Funktion die Brücke übernehmen soll. Denn zur Netzwerkbrücke packen wir jetzt die echte Netzwerkkarte hinzu. Und da kommt wieder Brückenname rein. Und dann sind die sowas wie miteinander verschweißt. Also die sind quasi auf derselben Schiene drauf. Dann erstellen wir uns so ein Tab-Gerät. Das ist eine virtuelle Netzwerkschnittstelle, so ganz grob. Das gibt auch einen Wikipedia-Artikel, ist in den Folien verlinkt drin. Guckt euch das gerne mal an, wie es genau funktioniert. Und über TUNCTL, also Tunnel Control, machen wir eine neue Schnittstelle, also so ein Tab-Gerät mit dem Namen hier. Und über "-u", sagen wir, das gehört dem Benutzer, den wir hier oben angegeben haben. Also uns selbst, also uns selbst als normalen Benutzer. Dann machen wir jetzt noch mal sowas ähnliches, wie mit der, was haben wir denn hier, mit der normalen Netzwerkkarte. Wir packen jetzt auch noch dieses Tab-Gerät auch zur Netzwerkbrücke hinzu. Also da werden jetzt Tab-Gerät und echte Netzwerkkarte zusammengeschweißt zu einer Netzwerkbrücke, zu so einer Schiene. Und dann aktivieren wir die ganzen Netzwerkgeräte. Also richtige Netzwerkkarte, diese Tab-Netzwerkkarte und die Netzwerkbrücke. Die werden quasi hochgefahren, sodass sie auch benutzbar sind. Dann können wir uns angucken, wie diese Netzwerkbrückenkonfiguration ist. Und dann kommt es darauf an, ob wir jetzt eine statische IP-Adresse uns vergeben wollen. Die gilt denn für die Netzwerkbrücke, also zum Beispiel über ifconfig. Das ist das aus dem NetTools-Paket. Ansonsten müsst ihr sowas nehmen wie hier IP, ADDR, irgendwie komischer Parametersatz, der mir nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist, den ich denn auch nachgucken muss. Also von daher finde ich ifconfig immer noch die schönere, benutzbare Variante. Es macht letztendlich dasselbe. Also über ifconfig sage ich, dass ich hier meine Netzwerkbrücke mit einer statischen IP ausstatten möchte. Also sowas wie 122, 168, 23, 123 und dann ein 24er Netzwerk haben möchte. Und das Ganze ist auch wiederum an meinen Router angeschlossen, sodass Pakete, die nicht innerhalb von diesem Netzwerk hier liegen, nach draußen über mein Gateway, darum steht ja auch GW, weitergeleitet werden, um ins Internet gehen zu können oder in andere Netzwerkbereiche, die nicht zu dem 23er-Bereich hier gehören. Wenn ihr jetzt DHCP in eurem Netzwerk haben solltet, ihr habt irgendwo einen DHCP-Server, dann macht das über DHClient, minus V und den Namen von der Netzwerkbrücke. Und dann holt sich die Netzwerkbrücke eine neue IP-Adresse, holt sich auch die IP-Adresse vom Gateway und trägt andere Dinge ein. Damit hätten wir unsere Netzwerkbrücke gebaut und ein neues virtuelles Tab-Gerät auch und das alles zusammengepackt mit unserer wirklichen Netzwerkkarte, sodass man das verwenden kann, dass es untereinander auch kommunizieren kann. Jetzt können wir diese Netzwerkbrücke mit dem Tab-Gerät auch verwenden. Ein bisschen Wissensteil dazu. Also Tab ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung via Ethernet auf dem OSI Layer 2. Ja, und das Ganze wird bloß simuliert. Also wir haben da ja keine Netzwerkkarten oder keine Switch oder sonst irgendwas. Es ist halt bloß simuliert. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, guckt da gerne im Artikel mal nach. Der KVM-Aufruf sieht bis zu dem Punkt hier genauso aus wie in den anderen auch. Und wie im Anfangsbeispiel bei NetDev sieht es aber anders aus. Da haben wir jetzt Tab, weil wir dieses Tab-Gerät haben wollen. Das heißt wiederum Net0. Ich hätte dem auch eine andere Bezeichnung geben können, muss aber identisch sein mit dem, was ich hier unten angebe. Dann ifName ist Tab 0. Das hatten wir gerade eben in dem Skript, was den Tunnel erstellt und was auch das Tab-Gerät anlegt, auch gesehen. Also das muss auch konsistent damit sein. Zusätzlicher Parameter wäre hier das Skript gleich No. Man könnte ein Skript ausführen lassen, was beim Starten oder beim Erstellen von der KVM-Maschine angestartet wird. Könnte man ausführen. Und genauso das Down-Skript, wenn diese virtuelle Netzwerkkarte wieder deaktiviert wird. Kann man machen. Da könnte man mit Sudo und sonst irgendwas sich was Lustiges basteln und das denn da dran bauen. Könnte man alles machen, wollte ich aber eigentlich nicht. Dann haben wir wiederum eine Netzwerkkarte, Word.io, Net, PCI, hatten wir schon. NetDev muss auch so sein. Und als neuen Parameter geben wir an, welche MAC-Adresse unsere Netzwerkkarte haben soll. Da kann man definieren, wie diese MAC-Adresse sein soll, damit man da vielleicht Netzwerkbooten macht, dass man es einfach festgeschrieben hat, wie die MAC-Adresse ist, damit sie nicht ausgewürfelt wird oder so. Dann haben wir diesen ganzen Aufruf. Dann fährt die virtuelle Maschine hoch, also wenn alles klappt natürlich, und verbindet sich über die Netzwerkbrücke, über dieses Tab-Gerät nach draußen, also mit der Umwelt quasi. Dann können wir in der virtuellen Maschine die Dinge tun, die wir gerne machen möchten. Und wenn man die wieder runterfährt, dann ist die Netzwerkbrücke immer noch da. Und wenn wir die eigentlich bloß für eine gewisse Zeit verwenden möchten, habe ich hier nochmal ein zweites Skript gemacht. Also das fährt die Netzwerkbrücke wieder runter und entfernt auch das Tab-Gerät. Da gucken wir auch nochmal rein. Da sieht man jetzt schon so ein paar Analogien, denn diese Variablen und auch der Inhalt von den Variablen ist genau wie im anderen Skript. Das muss auch genauso sein. Also wir können jetzt hier nicht anfangen, BR1 einzutragen oder hier was anderes oder sonst irgendwas. Dann funktioniert die Logik nicht. Das muss in beiden Skripten gleich sein. Könnte man natürlich noch auslagern in eine gemeinsame Konfigurationsdatei und sonst was. Also macht das gerne schöner, wenn ihr es anders benutzen möchtet. Aber es geht hier mehr ums Prinzip. Wir fangen also an, das Ganze wieder auseinander zu reißen. Also als erstes machen wir wieder Bridge Control, der IF, also wir reißen jetzt das Tab-Gerät von der Netzwerkbrücke und der Name und das Tab-Gerät. Danach entfernen wir auch dieses Tab-Gerät. Dieses virtuelle Gerät schmeißen wir weg. Danach machen wir dasselbe auch noch mit der wirklichen Netzwerkkarte. Nehmen wir auch noch von der Netzwerkbrücke runter und wir fahren die Netzwerkbrücke auch runter. So, und dann schmeißen wir die Netzwerkbrücke auch noch weg. Dann haben wir jetzt nur noch unsere normale Netzwerkkarte. Die hat aber keine Netzwerkkonfigurationseinstellung mehr. Also sie hat keine IP-Adresse, die hat keine Route mehr zugewiesen und so weiter. Die ist zwar noch da, die Netzwerkkarte, aber sie funktioniert nicht, weil nicht konfiguriert. Von daher machen wir jetzt dasselbe wie gerade eben noch mal. Also wir konfigurieren die Netzwerkschnittstelle entweder statisch oder per DHCP. Das ist analog zu dem anderen, was wir gerade eben schon hatten. Auch dieses weitere Skript, das br-down.sh-Skript, füllen wir mit Hutrechnung aus, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Man kann allerdings auch so eine Netzwerkbrücke so konfigurieren im System, dass sie bei jedem Hochfahren wieder da ist. Wenn man jetzt häufiger mit KVM in dieser Variante, wie ich das hier vorstelle, arbeiten sollte, ist das vielleicht eine ganz praktische Sache, weil man denn keine Skripte mehr ausführen muss und diese Netzwerkbrücke ist dann da und man kann sofort mit KVM, mit seinem eigenen Benutzer, loslegen. Der Informationsgehalt ist sehr ähnlich zu dem, was ich schon gezeigt habe. Von daher jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Unter ETC Network Interfaces kann man unter Debian Netzwerkschnittstellen definieren. Zuerst machen wir uns jetzt hier ein Tab-Device, also so ein Tab-Gerät, wie wir es gerade eben schon gesehen haben. Über Auto sagen wir, wir möchten, dass Tab 0 automatisch beim Hochfahren des Servers gestartet werden soll, also angelegt werden soll. E-Face sagt Interface ist Tab 0. Das soll ein Internetprotokoll sprechen, also IP-Protokoll und das soll per Hand gestartet werden, obwohl wir dafür sorgen, dass es auch bei jedem Hochfahren automatisch angelegt wird. Über dieses Pre-Up rufen wir Tun-CTL, also Tunnel-Control, auf und legen dieses Tab-Gerät an, genauso wie wir es gesehen haben. Und über den Parameter hier sagen wir, das Gerät soll unserem Benutzer-Test gehören. Das müsst ihr natürlich genauso wieder anpassen, wie in dem Skript auch. Also das seid ihr selbst, dieser Tunnel-Control-User. Dann haben wir hier die echte Netzwerkkarte, die ETH 0 heißt in meinem Fall, müsst ihr auch anpassen. Dann nochmal dasselbe wie hier auch, denn die Konfiguration, also die eigentliche Netzwerkkonfiguration mit IP-Adressen-Zuweisung, die geschieht wiederum bloß auf der Bridge, legen wir wie hier an, also die Netzwerkbrücke BR0, wiederum mit dem hier Interface, Name der Netzwerkbrücke, Internetprotokoll. Und in meinem Fall habe ich es jetzt Static genommen. Also ich möchte eine statische IP-Adresse haben. Dann gebe ich hier die Einstellungen für die IP-Adresse, also folgende 24er Netz, Gateway. Wenn ich das Paket Resolve.conf installiert habe, kann ich hier auch einen DNS-Server direkt eintragen, über den Parameter. Und jetzt neu ist, im Gegensatz zu dem, was ihr vielleicht aus eurer eigenen Interfaces-Datei kennt, macht man hier über Bridge-Ports eine Netzwerkbrücke aus dem Gerät und dem Gerät. Und dann sind die wieder zusammengeschweißt auf der Bridge 0. Ja, und dann gibt es hier noch zwei Parameter, die ich jetzt nicht nachgeguckt habe, die aber irgendwie dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Und wenn ihr das in die ETC-Network-Interfaces eintragt, habt ihr bei jedem Hochfahren euer Tab 0 und könnt darauf über die Netzwerkbrücke mit KVM die virtuelle Maschine laufen lassen. Ja. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen. Mal vielleicht ein anderer Blick da drauf, also keine grafische Oberfläche, ein bisschen Hintergrundwissen zu Netzwerkbrücke, wie man mit KVM auf der Kommandozeile eine virtuelle Maschine von Virtualbox in KVM importieren kann, also ohne Neuinstallation. Ja, genau. Macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Als es ein bisschen mehr dazu geht,